Die Bioswing-Sitzsysteme verfügen über eine weltweit einzigartige Technologie. Ein nach allen Seiten bewegliches, kontrolliert gedämpftes 3D-Sitzwerk, das die Energie des Körpers dynamisch reflektiert. Ihr Nervensystem aktiviert hierauf Ihre Haltemuskulatur mit einer erhöhten Dynamik. Ihr Körper und Ihr Geist gelangen in ein aktives Gleichgewicht. Es funktioniert automatisch, ohne dass Sie selber Einstellungen am Sitzwerk vornehmen müssen. Die Sitzhöhe stellen Sie über den Bediengriff unter der Sitzfläche ein. Stellen Sie die Höhe der Sitzoberfläche deutlich höher als Ihre Kniekehlen. Ober- und Unterschenkel bilden einen jeweils deutlich über 90 Grad geöffneten Winkel. Die Füße stehen ganzflächig auf dem Boden, ohne erhöhten Druck auf die Oberschenkelrückseiten. Nachdem Sie Ihren Bioswing optimal für sich eingestellt haben, sollten Sie die Tischhöhe für Ihre Körpergröße einstellen. In einer aufrechten Sitzposition sind Ihre Unterarme leicht nach unten ausgerichtet. Ihre Ellbogen sind etwa auf Höhe der Mitte Ihrer PC-Tastatur und damit ca. 2 cm höher als die Tischplatte. Passen Sie sich bitte nicht der Tischhöhe an, indem Sie z.B. Ihre optimale Sitzhöhe verlassen, sondern passen Sie die Tischhöhe Ihren Bedürfnissen an. Ihr Bildschirm sollte mit seiner Oberkante etwa auf Augenhöhe sein und 10 bis 20 Grad nach oben geneigt sein. Sie sollten nicht zu nah und nicht zu weit entfernt von Ihrem Bildschirm sitzen. Je nach Bildschirm und Schriftgröße beträgt der Abstand 50 bis 70 cm. Achten Sie darauf, dass Sie alles auf Ihrem Bildschirm entspannt lesen können, ohne dass Sie sich Ihrem Bildschirm entgegenbeugen müssen.